Mit wem bist du hier? Mein kleiner Bruder hat's mal gut dabei. Kleiner Bruder? Hallo! Wie lange kennt ihr euch schon? Was studierst du? BWL. BWL. Lass mich raten, das hat dir seine Ex-Freundin verraten. Hast du schon eine Freundin? Nein, ich hatte auch noch keine. Das war der geilste Moment gerade. Alle Bros im Raum so, oh Bro. Die einzige vernünftige Frau im ganzen Raum so, Digga, er ist gerade mal zwölf, ihr paar Versen, Alter.